BR 2018 BR 2018 Hi, Leute. Ratet mal, wo ich gerade bin. Genau das hier ist ein echtes Radiostudio. Das da ist Sascha, der ist der Moderator. Ich darf heute sein Hilfsmoderator sein. Gleich bin ich live auf Sendung. Alles, was ich sage, kann im ganzen Land über das Radio gehört werden, über das Internet sogar, auf der ganzen Welt. Ob das gut klappt und ob ich mich nicht verhaspele und alles blöd ist, seht ihr gleich in der Sendung. Gleich geht's los. Heute geht's ums Radio. Also ich höre super gern Radio. Morgens beim Frühstück, wenn ich aufräume oder putze und natürlich im Auto. Auf fast allen Radiosendern gibt's Nachrichten. Manche Sender haben sich außerdem auf Politik und Wissenschaft spezialisiert und senden Berichte und Reportagen aus aller Welt. Andere berichten, was bei ihnen in der Region passiert. Und es gibt natürlich auch Radiosendungen für Kinder. Z.B. Radio Mikro oder Radio Kakadu. Vielleicht kennt ihr ja welche. Da gibt es spezielle Nachrichten für Kinder, spannende Interviews, Rätsel und Hörspiele, also lustige Geschichten zum Anhören. Bei den allermeisten Radiosendern ist das Wichtigste aber ganz klar die Musik. Ich bin heute dort, wo eine Radiosendung entsteht, im Sendestudio. Ich darf sogar mal selbst ans Mikro, live. Außerdem check ich heute, was früher im Radio kam und wie ihr zu Hause euren eigenen Podcast aufnehmen könnt. Also Leute, jetzt gibt's was auf die Ohren. Hier kommt der Radio-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Und die kommen heute aus dem Radio. Das check ich für euch. Los geht's heute in München, im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks. Hier wird das Programm für acht verschiedene Radiosender produziert. Einer davon ist Bayern 3. Und da check ich heute meine erste Checker-Fragen. Ich bin hier mit einer Radiomoderatorin verabredet. Mit Jacqueline. Gerade ist sie live auf Sendung. Hi, Tobi. Schön, dass du da bist. Ich freu mich auch. Ihr seid durch, ne? Genau. Wir müssen uns die Fliege machen. Hier kommt gleich unsere nächste Moderatorin rein. Und ich nehm dich mal mit. Hier sind wir jetzt in unserer Redaktion. Hier haben wir jetzt auch schon ein neues Team. Viola, die ist unsere Technikerin. Hallo. Die sorgt dafür, dass wir dann auch gut klingen. Lea ist heute Redakteurin von Brigitte. Hallo. Die kümmert sich um alle Hörer-Anfragen, Hörermails, die reinkommen. Und ja, ist ständig in Absprache mit der Moderatorin drin. Und sag mal, ich darf heute auch ein bisschen helfen, ne? Ja, wir haben was für dich geplant. Du darfst am Nachmittag bei Sascha in der Live-Sendung mitmoderieren. Ich sag was, und alle hören's? Alle hören's. Kann ich das überhaupt? Ja, natürlich kannst du das. Wir üben das. Okay. Kriegst du hin. Ja, krass. Jetzt fühl ich dich erst mal noch ein bisschen rum und zeig dir alles. Auf geht's. Beim Radio wird den ganzen Tag gesendet, ohne Pause. Die Moderatorinnen und Moderatoren wechseln sich ab. Eine Redakteurin und eine Technikerin sind dafür verantwortlich, dass alles funktioniert. In der Redaktion werden die Inhalte der Sendungen vorbereitet. Wetterberichte, Verkehrsmeldungen und so weiter. Benni hier zum Beispiel schreibt die Nachrichten. Sekündlich kommen neue Meldungen, die er sortiert und überprüft. Und immer zur vollen Stunde berichtet er den Hörerinnen und Hörern, was in der Welt passiert ist. Um 16 Uhr mit Benni Riemann. Bei den meisten Radiosendern ist das Wichtigste aber die Musik. Darum kümmern sich Musikredakteurinnen wie Laura. Laura? Laura? Hi. Laura entscheidet, welche Musik gesendet wird. Bei Bayern 3 sind das die aktuellen Hits. Weißt du manchmal schon, bevor ihr den Song spielt, dass der irgendwann ein Hit wird? Manchmal hat man ein ganz gutes Gefühl dafür. Wenn du was hörst und das Gefühl hast, ich will dazu tanzen oder ich will den gleich noch mal hören, das ist so ein Ohrwurm, dann hat man schon das Gefühl, das könnte wirklich ein Hit werden. Jackie hat mir gesagt, dass ich heute Nachmittag in der Musiksendung auch etwas moderieren darf. Ich wollte fragen, ob du mir ein paar Tipps geben kannst. Das kann ich auf jeden Fall machen. Dein Spot, wo du was sagen darfst, der ist dann hier. Jason Derulo, Savage Love. Ganz genau. Ich glaube, ich kenne den gar nicht. Kannst du den mal anmachen? Ja, logisch. Jetzt weiß ich, warum du die ganze Zeit tanzt. Genau. Ist lustig, oder? Okay, cool, danke. Ja, gerne. Was erzähle ich denn jetzt dazu? Klar, es muss dazu gesagt werden, wie der Song heißt und von wem er ist. Genau, du musst sagen Jason Derulo mit Savage Love. Dann kannst du erzählen, dass der der offizielle Sommerhit dieses Jahres ist. Ah, der Sommerhit des Jahres. Genau. Okay, das sind doch schon super Tipps. Das war auf jeden Fall richtig super, Laura. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Bis dann. Ciao. Beim Radio arbeiten Moderatorinnen und Moderatoren. Manche Leute kümmern sich um die Technik, andere liefern Nachrichten, Musik und mehr. Gecheckt. Die allererste Radiosendung in Deutschland wurde 1923 ausgestrahlt, also vor ungefähr 100 Jahren und sie begann damals mit folgenden Worten. Achtung, Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin. Wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am Tagen der Unterhaltungs-Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Damals konnte man noch keine Töne aufzeichnen, deswegen wurde einfach alles live gesendet. Sogar die Musik wurde live von den Musikern gespielt. Und die Leute haben es geliebt, dazu zu tanzen. Das Radiogerät hier ist etwa 90 Jahre alt. Der sog. Volksempfänger war das erste günstigere Radio, das sich viele Menschen leisten konnten. Die Regierung damals hat es extra bauen lassen. Aber nicht, weil sie so nett war, sondern es gab einen Hintergedanken. In Deutschland war zu der Zeit dieser Mann an der Macht, Adolf Hitler. Er hat auch den schrecklichen 2. Weltkrieg angefangen. Das war eine unfassbar schlimme Zeit. In Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt sind damals sehr viele Menschen getötet worden. Die Leute haben damals viel Radio gehört, weil die Musik sie von ihrem Leid abgelenkt hat. Und auch, weil sie in den Nachrichten hören wollten, ob der Krieg vielleicht irgendwann vorbei ist. Das hat sich z.B. so angehört. Über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindliches Flugzeug. Ich wiederhole, über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindliches Flugzeug. Ende der Durchsage. Das Problem war aber, die Regierung hat ganz genau kontrolliert, was in den Nachrichten gesendet wurde. So hat Hitler eben nur Nachrichten zugelassen, die ihn in einem guten Licht dastehen ließen. Auf die Art und Weise hat Hitler die Meinung von ganz vielen Menschen beeinflusst. So was nennt man Propaganda. Vieles davon würde man heute als Lügen oder als Fake News, also als falsche, unehrliche Nachrichten bezeichnen. Heute ist so was zum Glück viel, viel schwieriger. Erstens hat die Regierung keinen direkten Einfluss mehr darauf, was bei den Radiosendern gesendet wird. Zweitens gibt es viel mehr Quellen, mit denen man sich informieren kann. Neben Zeitung und Radio zusätzlich noch Fernsehen und natürlich das Internet. In der Geschichte des Radios sind natürlich auch schöne Sachen passiert. Als bei der Fußball-WM 1954 die deutsche Mannschaft zum allerersten Mal Fußball-Weltmeister wurde, hing das ganze Land vorm Radio. Das hat sich damals so angehört. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor, 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 Tor! Tor für Deutschland! Viele Familien hatten damals noch kein Fernsehgerät und Internet gab es noch lange nicht. Deshalb haben sich am Abend Familien vor dem Radio versammelt und haben gedacht, endlich haben wir jeden Tag neue Musik. Das Radio war so was wie das Ohr zur Welt. Das war der tschechische Sender, Achtung. Jetzt erst mal eine Frage an euch. Und damit gehen wir in den Nachmittag. Was ist Atmo? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Jetzt zeigt mir Jacqueline ihren Arbeitsplatz, das Studio. Damit wir nicht im laufenden Radioprogramm dazwischen funken, gehen wir aber in ein Reserve-Studio. Das funktioniert genauso, wird aber nur dann aktiviert, wenn im ersten Studio mal was kaputt geht. Das sieht ja abgefallen aus. So viele Regler und Mikrofone und Kopfhörer und Computer und so. Das ist ja Wahnsinn. Unser Raumschiff hier. Ja, aber so sieht's wirklich auch ein bisschen aus. Das ist der wichtigste Knopf hier. Damit schaltet Jacqueline ihr Mikrofon ein. Wenn das rote Licht leuchtet, können die Hörerinnen und Hörer direkt hören, was sie im Studio sagt. Du darfst nicht vergessen, dann wieder auszumachen, wenn du anmoderiert hast, sonst quatschst du da in die Musik rein. Ist dir das schon mal passiert? Ja, ja. Ach, das hatten wir schon oft. Ich erklär dir am besten mal, wie so eine Sendung normalerweise bei uns aussieht. Immer, wenn die Stunde losgeht, gibt's erst mal Nachrichten. Dann geht's zu mir ins Studio. Also ich bekomme dann vom Nachrichtenmann ein Zeichen. Okay, er ist fertig. Hab dann das Wetter hier. Heute ist es richtig schön sonnig, in den nächsten Tagen auf jeden Fall auch Bikini mitnehmen. Es wird richtig, richtig schön. Zack, Wetter gemacht. Dann geht's über in den Verkehr. Schnell informiert, sicher unterwegs. Siehst du dann dort oben die A7, Ulm-Würzburg zwischen Ellwang und Dinkelspiel-Fichtenau. Stau vorm Firngrundtunnel in beiden Richtungen. Und Vorsicht, da ist noch ein Huhn auf der Fahrbahn. Wir wünschen euch eine gute Fahrt aus. Und dann ... Hier ist Bayerns Hitradio Nummer eins. Und hier ist Jacqueline Bell. Tada! Hey, Servus, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir hören gleich mal rein in die neue Nummer von Ava Max, Torin hier in Bayern 3. Und dann gehst du über in die Musik. Wow. Okay, also warte mal, du hast gerade eine halbe Radiosendung einfach mal eben so mit zwei Knopfdrücken und ein bisschen Reden gemacht. Das ist ja unfassbar beeindruckend. Jacqueline, vielen Dank, dass du mich so rumgeführt hast. War richtig cool. Ja, gern. War schön, dass du da warst. Und ich wünsche natürlich ganz viel Glück für später, ne? Du musst einschalten natürlich. Das Logo, sicher. Sehr gut. Danke dir. Dann geh ich mal rüber. Weiter geht's mit meiner nächsten Checker-Frage. Ich zeig euch jetzt mal, wie das funktioniert, dass wir zu Hause hören können, was Jacqueline und ihre Kolleginnen und Kollegen im Studio ins Mikro sprechen. Los geht's im Funkhaus, dem sogenannten Sender. Da arbeitet Jacqueline, hier ist sie, zack, im Studio. Normalerweise könnte man Jacquelines Stimme nur so ein paar Meter weit hören. Damit man die Töne aber über große Strecken transportieren kann, spricht Jacqueline in ein Mikrofon. Das Mikrofon wandelt ihre Stimme um in elektrische Signale. Und die werden jetzt auf die Reise geschickt, und zwar bis zu uns nach Hause. Als erstes geht's über ein Kabel zum Funkmast. Und der sendet, wie der Name schon sagt, Funksignale aus. Sogenannte Radiowellen. So was hier. Das sind ganz schwache elektrische Signale, die sich über mehrere Kilometer ausbreiten. Die sind so schwach, dass man sie nicht fühlen kann. Und sehen kann man sie erst recht nicht. Aber sie verbreiten sich gleichmäßig in alle Richtungen. Auf diese Funkwellen werden die Tonsignale draufgesetzt. So reisen die Töne mehrere Kilometer weit, bis sie auf eine Antenne treffen, wie bei meinem kleinen Radio hier. Das ist der Empfänger. Die Antenne vom Radio fischt die Radiowellen aus der Luft. Und die Funkwellen und die mitreisenden Töne werden dann hier drin wieder auseinandergefriemelt. Und die Töne, die ja immer noch elektrische Signale sind, werden im Radio-Empfänger umgewandelt in Töne, die wir mit unseren Ohren hören können. Seit der Erfindung des Radios, also seit knapp 100 Jahren, ist das die Art und Weise, wie das Radiosignal vom Sender zu den Menschen nach Hause kommt. Seit ein paar Jahren gibt es zusätzlich noch den Digitalfunk. Und was das ist, gucken wir uns jetzt an. Auch für den Digitalfunk muss Jacqueline in ein Mikrofon sprechen, klar. Dann werden die Töne in einen digitalen Code umgewandelt. Das ist so eine Art Geheimsprache, die nur aus Nullen und Einsen besteht. Das Wort Jacqueline zum Beispiel wird dann zu 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 oder so ähnlich. Diese digitalen Signale werden dann über den Funkmast ausgestrahlt. Man braucht ein besonderes Radiogerät, um sie empfangen zu können. Es muss DAB Plus können. So heißt der Digitalfunk. Diese Radiogeräte sind in der Lage, die Geheimsprache aus Nullen und Einsen wieder in Töne zu verwandeln, die unsere Ohren hören können. Heute kann man die meisten Radiosender auch über Internet empfangen. Aber kennt ihr sicher? Nicht an jedem entlegenen Ort gibt es Internet. Radioempfang aber meistens schon. Der Funkturm am Sender sendet Radiowellen aus. Sie tragen die Tonsignale durch die Luft. Die Antenne fängt die Funkwellen ein und wir hören Radio. Checkt. Oh, hab ich mich erschrocken. Sorry, ich hab dich gar nicht bemerkt. Ich hab nämlich gerade einen Podcast gehört. Kennt ihr bestimmt, ne? Das ist so eine Art neues Radio, wenn man so will, im Internet. Da gibt's verschiedene Webseiten. Da kann man sich Podcasts aussuchen, dann anhören, sogar runterladen. Und das Coolste ist, man kann so einen Podcast voll einfach auch selbst machen. Und genau darum geht's auch in der dritten Checkerfrage. So, ich hab mir überlegt, ich probier das jetzt einfach aus. Ich mach jetzt einfach einen eigenen Podcast. Schneiden möchte ich meine Aufnahmen später mit einem Schnittprogramm, das ich hier auf meinem Checker-Pad hab. Sieht so aus. Kann man einfach umsonst im Internet runterladen. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, worüber ich in dem Podcast sprechen möchte. Hast du eine Idee? Warte. Oh, das ist gut. Das mach ich. Als Erstes brauche ich eine Gesprächspartnerin für meinen Podcast. Verena ist Radiojournalistin und hilft mir bei der ersten Podcast-Probefolge. Ein Aufnahmegerät hat sie auch dabei. Verena und ich, wir essen beide super gern Eis. Und das ist auch das Thema unserer Podcast-Probefolge. Wir machen selbst Eis. Cool, oder? Jetzt hab ich eine Frage. Ja. Wir machen ja daraus jetzt Eis. Mhm. Wenn wir beim Fernsehen Eis machen, dann filmen wir das und jeder kann sehen, was wir tun. Und jetzt frage ich mich, wie soll irgendwer, der das nur hört, mitkriegen, was wir da tun? Das musst du ihm dann erzählen. Das heißt, du erzählst das alles in dein Aufnahmegerät rein, was genau du da machst und nimmst Atmo mit auf. Was ist Atmo? Atmo heißt Atmosphäre, also wenn du jetzt was in den Mixer packst oder Eis probierst oder so, dann gibt's ja immer Geräusche. Das klimpert und so. Das gehört dazu in einer Küche. Und auch das nimmst du mit dem Aufnahmegerät mit auf und schneidest es dann drunter. Und dann hören die Zuhörer auch, so klang das da. Dann entsteht dieses berühmte Kino im Kopf. So, jetzt kommt ein Mixer dazu. Wir machen Eis mit Mixer. Das heißt, jetzt gibt's richtig, richtig viel Atmo. Was passiert als nächstes? Jetzt packen wir erst mal die Bananen in den Mixer und du nimmst das Ganze am besten gleich mit deinem Aufnahmegerät auf. Ja. Boah, ist das laut. Verena erzählt den Hörerinnen und Hörern genau, was wir machen und ich nehme die Geräusche auf. So, und jetzt gebe ich sie her. Passt mal auf, wie super sich das anhört, wenn die gefrorenen Beeren da rein plumpsen. Wenn das mal keine super Atmo ist. Boah, ja, das ist ein richtig schönes Eis. Die Streusel sind noch das letzte i-Tüpfelchen, auch zum Zuhören. Und sieht mega lecker aus. So, vielen Dank, jetzt probieren wir. Und es ist ganz wichtig, dass du jetzt für unsere Hörer auch beschreibst, wie es schmeckt. Oh ja. Weil die können ja nicht probieren. Schmeckt richtig super. Hat durch die Streusel ein bisschen Crunch. Wie schmeckt's dir, Verena? Ich find's super lecker. Sehr, sehr fruchtig. Trinkt man in der Eisdiele auch nicht besser und ist ruckzuck gemacht. Perfekt für den Sommer. Ich kann's nur empfehlen. Super. Sehr schönes Fazit. Hast du gut abgerundet. Und das Eis ist wirklich gut geworden. Verena, das hat richtig Bock gemacht mit dir. Vielen Dank. Danke, hat mich gefreut. Mich auch sehr. Und ich würd sagen, das essen wir jetzt einfach auch. Klar. Und weißt du, du willst auch was? Ein bisschen Eis. Was? Die ganze Schüssel voll zu viel hab ich überhaupt nicht. Okay. Okay. So Leute, jetzt muss ich noch einen Text einsprechen für meinen Podcast. Wenn man das, so wie ich jetzt gerade, nicht in einem professionellen Tonstudio macht, hat man oft das Problem, dass es alles sehr hallt. Das hört sich dann zum Beispiel so an. Oder so. Okay, das war ein bisschen übertrieben. Aber mal wirklich, wenn man eine richtig gute Tonqualität will, braucht man eigentlich einen kleinen Raum mit einer guten Schalldämmung. Und da gibt's einen Trick. Könnte ich mal eine Wolldecke haben? Das ist kein Witz. Das machen auch die echten Radioprofis, wenn sie z.B. am anderen Ende der Welt einen Beitrag einsprechen. Das mach ich jetzt auch. Ach so. Wie sich der Podcast genau anhört, hört ihr gleich. Jetzt gibt's erst mal noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was ist Atmo? Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal. Atmo heißt Atmosphäre. Also wenn du jetzt was in den Mixer packst oder ein Eis probierst oder so, dann gibt's ja immer Geräusche. Richtig ist also Antwort A. Atmo bezeichnet die Hintergrundgeräusche im Radio. So, liebe Leute, sie ist fertig. Meine erste Checker-Podcast-Probefolge. Und ihr seid exklusiv die allerersten, die sich das anhören dürfen. Ich würde sagen, es geht los. Viel Spaß. Ich hab jetzt hier eine Tüte mit gefrorenen Beeren. Mehr Beeren. Noch mehr? Echt? Schmeckt richtig lecker. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht, oder? Für so eine Testfolge. Vielleicht gibt's ja irgendwann wirklich mal einen Checker-Podcast. Quasi einen Check-Pod. Oh, das ist eigentlich ganz gut. Check-Pod. Hm, das merk ich mir. Für einen Podcast braucht man ein Aufnahmegerät, ein spannendes Thema und natürlich eine super Gesprächspartnerin. Checkt. Ich bin jetzt noch mal zurück im Funkhaus bei Bayern 3. So, jetzt wird's ernst. In ein paar Minuten bin ich da drin, live im Radio, und alle da draußen können alles hören, was ich sage. Drückt mir die Daumen. Puh. Aber vielleicht geh ich lieber noch mal aufs Klo vorher. Oha. Sascha kündigt schon an, dass ich gleich zu Gast bin. Los geht's. Und hier ist Sascha Seenemann. Ich hab heute Besuch. Der Checker-Tobi ist da. Servus, Checker-Tobi. Hallo, Sascha. Ihr kennt ihn vielleicht aus dem Kieker. Der Checker-Tobi. Checkt so ziemlich alles, was auf dieser Welt abgeht. Und im Moment checkst du das Thema Radio. So ist es, genau. Wir drehen gerade heute bei euch bei Bayern 3 den Radio-Check. Und jetzt hab ich die große Ehre, bei dir live im Radio zu sein. Okay. Eine kleine Überraschung gibt's auch noch. Gleich nach Alice Merton. Alle Farben mit As-Far-As-Filling-Score. Ich freu mich auf dich, Tobi. Ich freu mich auch. Und weiter geht's. Mit den besten neuen und den meisten aktuellen Hits für deinen ... Das vergisst man immer. Jetzt hab ich den Hebel oben gelassen. Alles, was ich gesagt hätte, wäre live rausgegangen, obwohl das Lied läuft. Ja. Hups. Während der Song läuft, haben wir kurz Pause. Aber die geht schneller rum, als man denkt. Alice Merton und No Roots in Bayern 3. Heute bei mir zu Gast live im Bayern 3-Studio. Der Checker-Tobi. Grüß dich. Hallo, Sascha. Ich freu mich sehr. Du bist jetzt live. Es ist unfassbar. Ich bin so aufgeregt. Wir haben bestimmt eine Million Hörer gerade. Wirklich? Aber jetzt kannst du natürlich jetzt in diesem Moment Dinge fragen, um Radio zu checken. Ja, das will ich jetzt machen. Was machst du als Moderator, wenn du hier im Studio sitzt, eine Sendung läuft und du musst aufs Klo, richtig dringend? Entweder man nimmt sich eine leere Plastikflasche mit ins Studio. Tatsächlich? Schon mal gemacht? Nee, noch nicht. Das heißt, du kannst schlicht hier eigentlich nicht weg? Nee, du musst wirklich gucken, dass du dich vorbereitest und vor der Sendung noch mal gehst. Wenn du gehst, während die Musik läuft, dann gibt's Sendeloch. Dann sitzt du auf dem Locus und auf einmal hört ganz Bayern kein Radio mehr. Das wäre schlecht. Das wäre richtig schlecht. Ja. Ich habe ja die Ehre, also nicht nur hier zu Gast zu sein, sondern ich darf auch eine Musikmoderation machen. Ich moderiere jetzt einen Song an, der Sommerhit des Jahres ist und im Moment auch auf Platz 1 der bayerischen Charts. Wir hören jetzt Savage Love von Jason Derulo. Du hast das gerade selbst gesagt. Checker Tobi, ich bin stolz auf dich. Das war so aufregend. Kannst du bitte ab morgen übernehmen. Dankeschön. Und das war sogar ein Ram Talk. Wow! Du hast sogar auf die Ram genau moderiert. Meine Knie sind so weich. Du kannst es dir nicht vorstellen. Wow. Sau gut. Boah, war das aufregend. Aber hat riesigen Spaß gemacht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben. Bis bald. Bis bald. Der auch manchmal flinnt und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!